so nächste mission aber wir sind das gebiet dann da drüben alle töten bühne geht verstanden da unten komm da kann man schon doch trotzdem in die nähe mit dem rufschrauber ich bin so sanft gelandet dass mal das cockpit nicht kaputt gegangen ist drastisch an er kommt er doch mit wird schon sein okay was sagen wir gehen da Ich bin bereit. für die heavies ist das echt gut also für die heavies ist das echt gut weil die die mit einem schuss auch das war schon die identität einer im wien käuferin hübscher schütte sie trotzdem warum wird er da oben nicht gescannt ist also warum wird er nicht wir müssen hier weg aber weitere informationen finde ich doch fünf kilometer entfernt oder finde ich die hier an jeder sind andere missionen doch die finde ich hier ich muss das ja weiter nehmen ziel ins visier ziel getroffen Ok, ok. Es gibt Anzeichen für Feindaktivität. Verstand! Macht euch bereit, Leute! Die werden mich niemals finden. Der geht natürlich jetzt nach unten. Das ist doof. Das ist mega gut. Müssen wir mal gucken, ob wir das leveln können, dass es schneller lädt. Ey, das ist so ne geile Spielmechanik. Das macht echt Spaß. Feind identifiziert. Da drüben. Nicht so weit. Sichtkontakt zum Feind. Und? Alle down. Alles sauber hier. Das ist so cool gemacht. Die Gebäude... Die Tür ist mir eh schon aufgefallen. Okay. Wir wissen wer, wir wissen wo. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Wo im Pier... Sind da nicht irgendwo noch ne Kiste gewesen? Da oben wahrscheinlich... Fertigkeitspunkt. Da müssen wir doch jetzt eigentlich vier Stück zusammen haben, um... den Slot da freizuschalten. Nice. Also haben wir jetzt einen... dritten Slot jetzt. Hier haben wir natürlich noch nix freigeschaltet. hier für... Level 27. Sag mal... Moment... Ne... Zwischen Level 27. Hattest nicht aufgepasst. Egal. Ist hier noch ne Kiste? Da oben ist auch noch ne Kiste. Ja, man kann die Waffen auch noch einzeln... tunen. Sozusagen. Oder aufspawn. Aber da hab ich jetzt noch grad keine Lust zu. Weil ich eh alle fünf Sekunden ne neue Waffe kriege. Geführt. Ich höre sie. Und hier bin ich hier. viel Nossa Freude. Und hier 부분이 ja irgendwie schlecht von daughters, Ah, das war voll, соз ordered nicht ganz viel permits aus. Und hier war patent hier drüber. Okay. Lein. OOO Ich finde, adjusting zu einfach. Aber ich hatte meinen Beinen. Sind hier fliegt. da sind Leiter warum haben die Kisten eigentlich immer alle so ernsthaft immer alle so hochpacken müssen wer schleppt die da hoch? okay hat zum Heli zurück wo muss man denn hin? ich glaube da ich will eigentlich einen Wegpunkt setzen wir machen das andere mal aus wird mir das auf der map nicht angezeigt ja leider benutzt das so 2020 ist hier denn noch was? ja gut das sind die die wir die ganze Zeit hören da wir können weiter alles sicher ach nee finden sie raus wer der Körper Käufer Käufer ist ohne dabei entdeckt zu werden tschüss und da sind sie wieder und da sind sie wieder Jetzt geht es wieder, ich konnte nicht steigen gerade. Ich lande mal da hinten. Ich bin jetzt wieder da hinten. Ich bin bereit. Ich sorge nur für das Allemand. Ich wäre so weit. Zieh nach Boden. Okay, Gebiet ist gesichert. Dann gehen wir mal weiter vor. Da muss irgendwo einer sein. Verstanden, ich komme. Erscheinen reicht. Er ist schussbereit. Gegner eliminiert. Ziel getroffen. Recht auf der Schleife. Hengen ist tot. Achtung! Aufpassen. Ich glaube... Können wir schon mal langsam vorrücken. Begebe mich in Position. Der ist hinter der Kiste. Ich warte nur auf dein Zeichen. Erwischt. Gegner auf oben. Mega. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo da oben, oder? Ich glaube, das gibt Ärger. Was denn? Klasse, wieder da oben. Wir müssen gehen. Leitpositionen aufgedeckt. Natürlich ist die immer oben. Hier ist ein Brecher. Begebe mich zum Ziel. Sechenkontakt zum Armanda. Besteh dich. Ich gehe in Stellung. Feind identifiziert. Ziel erfasst. Warum geht die nicht? Okay, das funktioniert nicht. Begebe mich zum Ziel. Wie hast du das von da aus geschafft? Nachteil ist natürlich, ich kriege keine XP. Was auch eigentlich gemein ist. Aber ich meine, wir werden da noch so viel Möglichkeiten haben, zu leveln. Oh, mein erstes Plaus. Okay, da sind Filter. Möglichkeit, da reinzukommen. Okay, hier sieht es nicht so gut aus. Da kommen wir nicht hoch. Ja, ich weiß, aber ich habe ja notfalls noch drei Filter in der Tasche. Ich glaube, da vorne ist der offizielle Eingang. Schaffen wir es noch? Nee, wenn ich hier lang laufe, natürlich nicht. Ähm, fuck. Okay. Nehme Ziel ins Visier. Da ist auf Schießbefehl. Gegner am Boden. Das muss man natürlich mal ein bisschen ruhiger vorgehen. Ich glaube, wenn ich renne, verbrauche ich mehr Filter. Warum kann ich den da nicht markieren? Und wenn ich das möchte. Deshalb. Und er ist ein bisschen ruhiger vor mir. Und ich bin der Nähe, ich bin da nicht. Und ich bin der Nähe, ich bin da. Und ich bin der Nähe. und euer Mützer ok, was soll ich jetzt machen? das herrn ist gefolgt willkommen, ich trage die Arschöcher nicht aufschreien ach, ok, da ich hab's das große Licht des Tengoku hat es für die Mu gesegnet es ist unser göttliches Recht wirkt das Gas in einer dichtbedingten Spock wie etwa Osaka? in den Immunationen zufolge Gas preiset das Licht, möge das Gas der japanischen Führung zur Erleuchtung verhelfen ich möchte die Ware sehen ich fahre sie jetzt Tanaka ist gut ich muss ihr folgen, um die Lieferung zu finden hier soll irgendein Scheiß passiert sein Helikopter mit Angriffsteams oder sowas ja, ich weiß dafür brauche ich aber ein Auto und die sind erst hier vorne ja, ich weiß, dass ich so weit weg bin das brauchst man dem noch zu sagen das war, hilf mir! hör ruhig an, ich finde dich! das ist ja, glück wie der Drohung der Drohung von der Drohung steht ein baum ein einzig baum steht da und ich war natürlich genau dagegen ich glaube die wollen dahin fahren oder ich muss noch die ganze zeit den spots da von den gegnern ausweichen das überhaupt jetzt hört sich voll komisch an so ein elektromotor wäre da es keinen auspuff hat gehe ich davon aus dass es eins ist eine feindposition die liegen auch gut hinter der mauer und es leckt gerade gewaltig was ist denn da los gefühlt ein fps das Feindliche Position markiert. Da. Sichtkontakt zum Feind. Ich bin soweit. Markiert einen Brecher. Über das Stolz ja. Bestätigt. Ich gehe in Stellung. Feindkontakt da drüben. Komm, lock alle ein. Ähm. Ja, natürlich. Das habe ich mir bei dir abgeschaut, Dad. Wieso, Dad? Wieso, Dad? Ja, bitte. Was? Wo, 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 wo scheiße. Die wissen gar nicht, wie ihnen passiert, ey. Zwei sind eingeloggt. Weil die da oben die ganze Zeit in dem Haus rumlaufen. Sind er platziert, die Ware kann raus. Scheiße. Das wusste ich, dass das passiert. Wir haben bemerkt, dass wir hier sind. Scheiße. Ach, weil ich zu viel wollte gerade. Ich wollte einfach gerade zu viel. Oh, eine Kokosnuss. Ich wollte da zu viel entspannter sein sollen. Ja. 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 Ich werde soweit. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Habe Gegner erfasst. Ist Kontakt verloren. Kommt schon. unterhalten sich die ganze zeit über uns töte beobachtet scheiße dann ziehen wir uns mal ein stück zurück haben sich den nicht markieren kann also echt du stehst da ja auch sehr offen rum die zwei kriege ich da nicht markiert lieber erstmal die drei zwei die 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 Okay, dann die drei. Oh, das ist mega gut mit diesen... Oh, da sind noch zwei. Oh, den einen da kriege ich selber. Oh, er ist ein bisschen weit weg. Ich bin total konzentriert, das macht mir mega Spaß. Okay, die sind definitiv in der Nähe. Ein Gebäude da oder was? Äh, filtern die Twitch. Ich finde das mega lustig gerade. Oh, wo ist denn noch einer? Okay, dann sind ja eigentlich nur noch die zwei da. Wollte ich das riskieren? Das war die Premiereaufgabe. Ich kann sie aber schon mal markieren. Abends ist immer besser als brauchen. Abends ist immer besser als brauchen. Sender aktiv, Ware wird transportiert. Die sind im Haus drin, deswegen... Sender platziert, die Ware kann raus. Da ist die Käuferin dabei. Sender aktiv, Ware wird transportiert. Ist jetzt hier abgeschlossen. Verlassen wir den Bereich ohne. Gut, dann hauen wir mal hier ab. Lassen wir die mal lieben. Ich hab mich überlegt, ein Auto zu nehmen, aber... Ich hab mich überlegt, was ich hier rauskomme. Mein Eli ist natürlich jetzt weg, weil ich gestorben bin. Mhh, duft, 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 duft. Zuerst nicht, weil ich gestorben bin, aber weil ich entdeckt wurde. Cool. Die Mu. Machen wir mal. Sie haben Erfolg gestanden und haben Gasbeider mit einem Einsatz abgeschlossen. Stufe 11. Aber... Ja, haben wir... Eventbelohnung. Was bekommen? Ah, das ist noch von verhindern. Ein bisschen was kriegen wir hier noch. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Drei Tage haben wir noch. Zwei Einsätze haben wir sowieso noch offen. Das kriegen wir noch hin. Und das ist noch nicht zu sein. Drei Tage haben wir dann. Hier oder die. Drei Tage? Drei Tage haben.